John Maynard Wer war John Maynard? John Maynard war unser Steuermann. Er hat uns gerettet, er starb für uns. Wir waren auf der Überfahrt von Detroit nach Buffalo. Feuer war es, was er klang. Der Qualm schon aus der Luke drang. Und noch 20 Minuten bis Buffalo. Wo sind wir? Wo? Schau, die Rettung! Der Strand von Buffalo! Das Schiff geborsten, das Feuer verschwillt. Gerettet alle, nur einer fehlt. Hier ruht John Maynard. Ein Film von Tim, David und Hugo.